Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Grey Garden. Ja, im letzten Part, da waren wir in der Stadt unterwegs und ich würde es unterm Kuchen gegessen und Blumen gepflegt. Und wir gehen, machen gleich weiter. Hallo. Friends are really amazing for when you fall down a hole, for example. Okay, underwear and stuff. Okay, in den Schränken ist wohl immer nur Unterwäsche. Do you dream? Yes. I see, I see. Me too. Das ist sehr schön. So, dann gehen wir gleich mal runter zum nächsten Haus. Ich weiß, es ist noch langweilig, aber vielleicht wird es ja noch spannend. Aber ich würde erstmal die Stadt erkunden, bevor was passiert und es ganz wieder ganz anders ist. I got in an argument with my friend. I wish you to apologize. And then have a proper fist fight. What? The flower garden is really nice, but the butterflies kind of just get in the way. Ja, die kann man ja einfach rumhauen. Hallo? Die gehen ja ganz schnell zu besiegen. Ich finde sie, dass sie gegen Schmetterlinge kämpfen müssen können. Guten Tag, lieber Delmon. I wonder if we do rain drops, like plum flavored ones. Hmm, weiß nicht. Nice sunny weather. Today is a bird watching day. Okay, viel Spaß. I saw a white cat and a black cat walking together. Could it be them? Was? Wer? Builder's clothes. A bookshelf. A collection of data on seafood. Okay. Okay. Kann man auch rein? Weiß ich nicht. Ich hab's jetzt... Ich find jetzt nichts. Okay. Naja. Guten Tag. White birds are cute. Wanna have roast foal? Okay. I'm still just a kid, so I don't know that much about the past. You too? Ich weiß nicht. Ich hab halt die Story gehört da, aber... Bookshelf? Searing books? Oh, what? Okay. Here's a file. Wash your hands. All clean. A kitchen counter. Ooh. Unopened. The kitchen counter is also ziemlich dreckig, oder? There liegt messer. A kitchen. Nice. Wow. That trash can was empty like you sold. Was? There's a menu here. Shichimi miso soup. Salmon menu. Mini. 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 Mini grave. Days cooked with butter. Smelled. Okay. Interessant. Guten Tag, lieber Dermann. Was machst du denn hier? Staying up late is bad for you. Early to bed, early to rise for life. Okay. Ja, ich bleib trotzdem ein bisschen sagen. I'm away right now. Okay, tschüss. Da musst du dir eine holen. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Zu ihr. Ja, wer will nicht eine Tonne full, äh, eine, ja. Eine Tonne Donuts essen. We're out right now. Okay. Man kann nicht rennen. Okay, schade. Guten Tag, lieber Engel. It's fine to make things black and white, but Grey's not bad either. Hmm. Today's merch. I'm gonna fall asleep on my elbows here. So müde? A trash can that was, at some point in its existence, empty. Die Sprüche sind bei jedem Mülleimer sind ja klasse. You there. You. Until we meet again. Me. May you not die. Yum. Okay. Bookshelf. But surprise, surprise. It was actually a paper match. Fills and clothes. Okay. Das ist lustig bei den Dingen. Hallo, lieber Engel. If I could have one witch. Ach so, das war die. Hm? Und das war... Ja, stimmt. Ah, die haben... Mit denen haben wir ja schon gesprochen. Ah, ich bin manchmal ein bisschen vergesslich. Dann gehen wir mal hier hoch. What pretty clouds. The world is good today. Gotta pull these weeds. What? Guten Tag. Maybe I should clean. Ja, vielleicht. Oh, what time is it? Ah, snack time? Ja. Viel Spaß beim Essen. So, was haben wir denn hier? A bookshelf. Candybox. Sadly, not made of candy. Ja, das ist traurig. Aber hey, dann wird man nicht dick. It's filled with clothes and insecticides. Allergies, allergies are awful. Wahaha, tschüss. Ach so, sie hat eine Allergie oder wie? Mit dem haben wir schon gesprochen. Guten Tag. Wonder if I should try my mattress. Weiß ich. A bookshelf. Can't read this language. Ah, schade. Oh, dem Tag. Haben wir mit dir schon gesprochen? Warm sunny days are nice, but snowy winters are a little more romantic. Ja, da kann man sich dann schön an den anderen ankuscheln und so weiter und so fort. Ist doch auch schön. Hoppala. Okay. Okay, das ist lustig. Pilled with froze's clothes. Ach so, hier wohnen Josefaya und, äh, Abed, take a rest. Hier wohnen Josefaya und, ähm, froze's zusammen, oder wie? Fully recovered. Okay, das ist interessant. Steht es auch da? Froze house. Nee, froze's. Ach so, hier wohnt froze's. Und wer wohnt hier? Apple Park. Niemand. Da, die alle sind Scherland's house. Okay, wir gehen gleich mal rein. Nice weather today. Okay. Got any candy apple? Oh, wir finden da noch ganz viel. A Nolan, maybe this is how the apple pies are made. Oh, mysterious. A trash can. It's empty. Hier ist kein Kuchen mehr. Okay. Probably shouldn't open. Ja, das Klovers are inside. Jalen's Klovers are inside. Okay, genug rumgestiert. Guten Tag. Wer seid in ihr? Okay, das beantwortet meine Frage nicht. It's locked. It's locked. Was? Was habt ihr vor mir zu verbergen? Sagt es. A trash can. There's an abnormal amount of tissues. Okay. Oh. Jusaphires Haus. Geh mal rein in unser Haus. Oh mein Gott, ist das hübsch. Coffee with lots of milk and sugar. Flowers. Okay. Ganz viele Blumen. Oh Gott. Line with Jusaphires favorite comics. Oh mein Gott, ist das Haus schön. Oh, ein Buch. Jusaphires Diary. What's right now today? Off to the garden. Da 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 da. My lady's worries. What if I get a hayfeeble? Oh Gott, das wäre ja tödlich für Jusaphire. Fill with Jusaphire clothes. Fill with Jusaphire clothes. One of Jusaphires favorite pictures. Don't open it. Was? Aber du bist doch... Oh, check mal einer, die Jusaphire. Warum soll sie ihren eigenen Schrank nicht öffnen? Da war die Map. Dann waren wir hier schon drin. Waren wir denn hier oben schon? Ich glaube noch nicht. Guten Tag. Gotta work out muscles, flex, muscle power. Okay. Etty and Calvary always napping, you know. Okay. A bookshelf also you thought, but it's merely a fake. What? A bookshelf, okay. Das ist auch ein Fake. Flower sale, ladybaclar. Was? Das sind... Marienkäferlarven. Schnell einmalig draufsetzen, kriegen die so einen Sirup oder sowas. War das nicht so oder waren das andere Käfer? Ich glaube das waren... Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Hallo. I'm ready to doze off. Wann ist es so warm? Waren wir hier schon drin? Let's play a game. Look, tada. Wae? 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 Look, tada, hey. Hey is for horses. What? Tata, say. Say again? That was empty. Hmm, a brush, huh? A kitchen counter. A kitchen counter. I love pineapples. I also like scissors. Scissors. Okay. 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 Die haben wir auch schon geredet, glaube ich. Hallo. Das ist ja eine coole Frisur. Honey is delicious. I love to smear it on bread. Oh. If you find a cook roach, kill it. Kill it with fire. I'm hungry. Die essen Marienkäfer. A long series of books on the right way to like noodles. Oh, wie geil. Und das ist ein Mülleimer. It was empty. Oh. So, wo geht's denn dahin? Beginning Forest Garden. Oh, eine Beine. Grave. Beginning Forest Garden. Grey Village. Wo geht's denn? Grave? I don't know. Aber es ist so still hier. Are you the forest? Oh, so schöne. Oh, who even does this? I don't know. Schmetterlinge fight against Flutterfly. Okay, zwei Stück. Jo, 12 damage for us attacks. Okay. So, jetzt greift er auch noch an. Okay, und wir greifen ihn wieder an. Und zwar zweimal. Und er ist schon weg? Also er hat auch 15 Leben, wie es scheint. Okay. Gut zu wissen. Nothing to do this way, probably. Und nochmal zwei Schmetterlinge. Das schaffen wir schon. Da kommen wir durch. Och ja. Ich hatte heute auch wieder Praktikum. Ich bin jetzt dieses Mal als Theaterpädagogin. Quasi mache ich Praktikum. Und habe da eine Theaterpädagogin, die gerade ja einen Abschluss schreibt, in diesem Studienfach. Ähm, bei einer Produktion unterstützt mit Jugendlichen. Und das war total lustig. Und schön. Und vor allem echt, es war eine richtig tolle Erfahrung für mich. Weil wir haben halt, ähm... Ja, wir haben, äh... Also ich müsste eigentlich nur schauen, ob die Haltung und sowas, wenn... Ob sie Fehler gemacht hat oder sowas, also ob die Mädels Fehler gemacht haben, mehr nicht. Weil sie konnte, während sie halt am Arbeiten ist, auch nicht auf alles achten. Und halt teilweise mitschreiben. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe halt Abläufe abgeschrieben, äh, aufgeschrieben. Ähm, habe den Mädels auch Feedback gegeben. Das waren hauptsächlich jugendliche Mädels und so 14 bis 17 Jahre. Und, ähm, das lief sehr, sehr gut. Das lief hammermäßig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war richtig froh darüber. Weil das hat echt so viel Spaß gemacht in den letzten Tagen. Ich saß zwar eigentlich nur da und habe denen zugeguckt, aber es war trotzdem... Ich habe trotzdem total Lust bekommen, da mitzumachen und alles. Das war einfach klasse. Oh, beide schon weg. Sind wir jetzt so stark? Wir sind überpowered. Und da noch eine. Halt! Mittlerweile one-hitten wir die. Nein, noch nicht ganz. Okay. Zack. Kaputt. Okay, aber die haben 15 Leben. Jetzt wissen wir es aber sicher. Glaub ich zumindest. Oh, Mr. B. Zzz. Hm? Zzz. Oh, I froze. Your watch is under Mr. B. Uh, so it is. Zzz. Hm, Mr. B, could you just move away for a sec? Hm. Zzz. Exterminate. Try that again. Oh, Mr. B. Okay, das haben wir schon. Ähm. Ja, dann Exterminate. Oh mein Gott, wir müssen jetzt Mr. Mr. B appeared. Magic. Punch it up. Oh, boom. 18 Damage. Und? Oh, 19 Damage. Mr. B attacks. Oh, er macht ja voll viel Schaden. Yay, Mr. B was defeated. 200 Uhr. Ihr suffires le... Oh, gleich level up heute. Sehr schön. Tschüss, Mr. B. Phew, he was a dangerous one, Mr. B. Okay, jetzt haben wir den... Die Uhr wieder, oder wie? There, your pocket watch. Hm. Glad we found it. Yes, thanks. Don't mention it. Okay. Ja, komm mit. Fros. Warum hat Fros eigentlich keinen Heiligenschein? Aber andere Engel schon. Was ist jetzt los? Huch. Okay. Eine merkwürdige Fledermaus erscheint. Jetzt beginnt die Story richtig. A few days later... Tick, tick. And so we're here at Dialos to eat apple pie again. You're going to get so fat. Seriously. More like you will froze. I actually exercise regularly. I, uh, don't, but anyway. Hm, that's not good. Hm, what's it, Diallo? Taking your appetite into account and a little short on apples. Say what? It'll have to be a very small apple pie having this few... Hm. What are you looking at me for? It's not like I'm... I'm going to be stealing your portion. Hm. Hm, what to do? I'll get some from Apple Park. Will you? Yep, let's go first. Why do you... I have to come. It'll be some good exercise. I told you I already do. Then I'm counting on you too. Hoho. Just leave it to us. Hm. Hm. Okay, wir müssen wohl Äpfel holen, wie es scheint. Please bring the apples. Hm. Oh, die schaut so fröhlich aus, die Challenge. So. Apple Park. Okay, das ist Apple Park. Und wie das sieht Musik aus? Und da ist ein Äpfel. Oder wie? Kann man die nicht einsammeln? Schade. Apple Park. Got ein Apple. Apple Park. Everybody loves apples. Be careful not to overeat. Okay, wie viele müssen wir denn mitbringen? Ich weiß es gar nicht. Aber wir müssen anscheinend echt viel damit bringen. Ich sammle einfach alle mal ein, die hier am Rand liegen. Da liegt auch einer. Ich habe ihn gesehen. Du entkommst mir nicht, du Apfel. Liegt hier in einer rum? Ne, scheint nicht so okay. Da liegt auch einer. Hier. Aber ich komme nicht hin. Doch. Was ist denn... Ach, der Baum ist im Weg. Okay. Okay. Ich weiß, ich summe nicht ganz im Takt. Ich kenne die Musik noch nicht so. Aber ich finde es total schön. So, dann nehmen wir die hier noch mit. Und den hier. Und die da. Oh, das sind aber so viele. Aber wir wollen ja ganz viele haben. Kann man da schütteln und da runterholen? Nein. Ah, runterholen. So. Den habe ich nochmal mit. Und den da. Also welche wir brauchen können, wir glaube ich auch leben. Ich bin mir nicht sicher. So, ob wir kämpfen oder so. So, vielleicht powern oder sowas. Also wieder Äpfel. Wir sammeln Äpfel. Oh, den ganzen Tag. Okay. Da sind auch noch Äpfel. Und da sind welche. Und hier unten. Aber an den da komme ich glaube ich nicht ran. Und an den da auch nicht, glaube ich. Nope. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Oh, so viele Äpfel. Wir haben, glaube ich, viel zu viele. Aber ist ja scheißegal. Hauptsache wir kriegen einen leckeren Apfelkuchen. Ohne Apfelkuchen geht hier doch gar nichts. Apfelkuchen über alles. Ich müsste auch mal wieder Apfelkuchen machen. Bzw. meine Mama. Oder ich. Mal schauen. Aber ich habe gerade wieder so Bock auf Apfelkuchen. Unglaublich. So, aber die sammle ich jetzt auch nicht wieder da ein. Wenn die respawnen. Das ist ja grauenhaft. Ich habe jetzt mehr als genug. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu viel mitgenommen. Aber ist egal. So, rein mit uns. Please bring the apples. Ja, haben wir doch. Haben wir doch ganz viele. Hä? Und jetzt? Kann man das so machen? Item. Und jetzt? Und? 66, oder wie? Ohne, kann man auch noch. Ja, ich habe doch Apfel mitgebracht. Reichen die noch nicht, oder wie? Und wie muss ich denn mitbringen? Weiß das jemand? Oder muss ich den Baum da oben schütteln? Die da oben an der sind, weil die sind so, so... Äh... Speziell irgendwie. Äh, gehen wir einfach mal hin und schauen. Okay. So viele Äpfel. So viele Äpfel. Hä? Aber wieso geht das denn nicht? Ja, ich habe doch jetzt ganz viele Äpfel. Warum kriege ich dann keinen Apfelkuchen? Geht's denn da unten noch irgendwie weiter, oder wie? Ach ja, da geht's noch weiter. Ich sammle jetzt nicht alle ein. Das ist ja grauenhaft. Oh, da sind... Oh. Okay, die unterhalten sich. Dann stören wir nicht weiter. Dann gehen wir mal weiter und sammeln ein paar Äpfel mal wieder ein. Und kämpfen gegen Schmetterlinge. Komm her. Tough. Die sind wohl ein bisschen stärker. Ja, wie es scheint schon. Oh. Oh, oh. Die sind wirklich ein bisschen stärker. Aber schon weg. Und in der nächsten Runde ist auch weg. Guarding. Okay. Critical Hit. Yeah. Oh, 51 Schaden. Sehr schön. Das ist doch klasse. Level 6. Oh. Wild Prey Aliment. Okay. Den dann nehmen wir noch mit. Oh. Das hört raus. I got the Apples. That is a disgusting amount of Apples. Right then. Let's get back to the others. Hey, is that. Was ist da los? Hallo? Was ist da los? Tui. Hallo? Tui. Tui. Oh, we're catching caterpillars! Caterpillars? Yes, caterpillars. Macarona Hey Macarona, she's real timid. Face turns red just like that, but she's a good grappa. Strawberry This girl loves to eat, especially bugs and meat. So it's always weird stuff. They have some weird frisures. Okay, and what's she doing? Really? We have so many? Isn't this enough? It's already just disgusting to bear. How? They taste so good? Yes, well, I don't eat bugs. Oh, you're making caterpillar tempera again, or what? Hmm, I'm thinking gem this time. Huh? Just bread on what? Bread. Ugh. 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 That's repulsive. Nope, it's tasty. You'd know if you tried it. I'm quite fine, thanks. Um, is it really that good? Nudge and rarely. Um. So, I think I'll need about 20 more caterpillars. Well, I'll help first with two. Why do I? Really? Thanks. Well, we'll get 10, so you get the rest. Just tell me when you've got your 10. Okay. Ugh. Oh. Ah. Süß. Okay. Catch 10 caterpillars. Wo sind die denn versteckt? Oh. Und wie kann man die fangen? Battle? Hm. Nooo! Wie kann man die denn fangen? Ich weiß gar nicht, wie man die anfangen kann. Und es fängt wirklich Regenwürmer. Ich kenne die Gott. You win. Caterpillar obtained. Caterpillar obtained. Okay. Haben wir jetzt zwei Stück, oder wie? Ah, okay. Wir müssen also... Huh. Die bewegen sich. Wtf. Okay. Dann greifen wir mal an. Zack. Und nochmal. Kabam. Der erste ist weg. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir... Also dann gleich schon mal vier. Okay. Vier haben wir schon mal. Okay. Was machen die? Oder laufe ich? Oder bin ich das? Hm. Ich muss mal schauen, ob ich das bin. Oder ob sich die wirklich bewegen. Das sieht jedes Mal so aus. Es kann auch sein, dass ich mich nur bewege und dass es sich wie gut aussieht. A critical hit. Wuuu. You win. Okay. Jetzt haben wir... Äh... Sechs Stück. Ah ne, die bewegen sich. Okay. Laufen oder Regenwürmer oder was? Peterpillar. Oh. 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 Das ist Level 7. Guten Tag. Caterpillar. Und schnell angreifen, damit der weg ist. Los. Froze. 23 Stunden. Oh. Wir steigen so schnell auf. Das ist schön. 15 damage. Und 20. Okay. You win. Yay. Und jetzt haben wir 10 Stück. Robbery. We got 10. Yay. Thanks. We got ours too. So much wriggling. Woah. Teehee. that'll do. I'll take these home and have Siss help use mushroom. Thanks everybody. The gem's gonna be great. Okay. Okay. He kann fliegen. Stimmt, das ist ein Dämon. Aber, hä? Ja. Sie left me behind? After she invited me? Okay, tschüss. Ah, that's nice. Wish I could fly, too. Then why not fly? You have wings. No way, it's scary. Plus, if I can't fly, I can get you to carry me. Don't depend on me. Pfft, and why not? Well, for now, we should go back to Diallo, since we got Diablos. Okay, dog. Ja, und jetzt bewegen wir uns mal. Zurück zu Diallo. Oder Diallo. Oh, Gott, lauter Katerpillar ist aus dem Weg. Ich will jetzt nicht gegen alle kämpfen. So viele Würmer. Gittigat. Oh, viele Regenwürmer. Bah! Oh, you're back. With a disgustingly large amount of apples, I see. We did our best. And well done. You're a bit late, though. Did something happen? We found Macaroni and Robbery and helped them collect Katerpillars. Would you invite them over? I can make quite a lot with all these apples. Oh, good point. And I'll get them. They should both be home. Und was sagst du? Okay, die sind weiter versichern. Und wo wohnen die? Wahrscheinlich da unten, wo die Häuser leer waren, füllen. Huh, was ist das für ein Schild? Achso, da haben wir schon gelesen. Mit dir haben wir auch schon geredet. Preserve sister's home. Yes, who is it? Robbery, wanna eat apple pie with us at Giala's place? Oh, really? I'll go to do that. To that. Oh, blah, blah, blah. Yeah, I know. You're mashing up a box or something, I'll bet. Maybe? Okay. Oh, what the fuck? Some kind of gem. Got a strawberry. Got a strawberry. I might have missed. Strawberry, sorry. Got a strawberry. What kind of gem is this? Yay! A cutting board extends with red stuff. A cutting knife looks like it cuts well. A strawberry painting. Lots of strawberry petries. Bookshelf lined with books like how to eat delicious meat. Und was ist da? Oh Gott, noch mehr Gläser. Okay, da können wir noch mal Erdbeeren holen, irgendwie. Filled with strawberries and cloves. Und da noch mehr. Filled with raspberries and cloves. Ah, raspberries. Ihre Schwester wohl, wie es scheint. So, du, 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 du. Und so, jetzt müssen wir noch Macaronas rausfinden. Aber das dürfte das hier sein. Genau. Oh mein Gott, das ist hübsch hier. A stuffed toy. One of Macaronas' bear heads. She has about 20 more. What? Macaronas' favorite storybooks about grappling mostly. Macaronas' sandbags. Stuff toys. Until recently Macaronas' couldn't sleep without hugging one of these. Oh Gott. Macaronas' get mad. Macaronas' get mad if you open it. Oh, Appelpie? Are you sure? Oh, well, if you insist. Okay, tschüss. Dann gehen wir auch mal zurück zu Dialo. Werden ja auch einfach mitgehen können. Aber nein, die Damen wollen die nicht. Okay, dann gibt's wieder Apfelkuchen. What the fuck? You. Very forceful cooking style. As usual, Dialo. Hört sich sehr heftig an. You think so? Power cooking with Dialo. Oder Dialo. Oh mein Gott, das ist süßes Bild. Uh, may I really? Certainly. Eat it all up. Thank you very much. Tasty. Sweet. Delicious. I'm glad you're enjoying it. Süß, wie die alle da sitzen. Man, wouldn't want this to ever change. Indeed. Just apple pie people. You look happy, Frost. No, nothing like that. Ah, Frost is all shy. D'aw. Stop it. It's gotten rather noisy, hasn't it, Chalum? By the way, can I have some worms to go with these? No, I don't have any of that. For this wimply build. Can we go around? No. Phew, I'm stuffed. Super good meal. Good meal. Can't eat anymore. Neither can I. Could go for a wrong dessert. Oh, well. That's troubling. Eh? Just a lot of pie. Eh? You did bring me an absolute number of apples, so I went and made plenty of pie as well. Guess I did, huh? I told you only five. Sorry. Oh, my. Pum, 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 pum. Pum, pum. Yes, it may be quickest to share with your swift letters. Then, what if we shake it to Plank Black Castle? Ah, that sounds good. Hmm. You can make the delivery. You betcha. Let's go, Frost. Me again. Work off those pur- I keep telling you. You two are always so friendly. Well, yeah, Frost and I are friends sworn in love. I see. Think before you speak, Moran. Aren't me and Macaron are friends sworn in love, too? Hmm? Yes, yes. Please deliver the apple pie, you Sophia. Roger, roger. Hmm. Okay, we'll talk a little bit more about it. Hmm, I could go for E- E- Irfum, Wormus. I'm so full. See you. Hmm. Okay, dann gehen wir mal. Und, dann machen wir hier einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Tschüss.